Wir sind froh, wir haben uns qualifiziert für die nächste Runde. Ich denke, wir haben sicher mehr für das Spiel gemacht. Wir haben gerade auch in der ersten Halbzeit Möglichkeiten, in der zweiten Halbzeit auch noch Möglichkeiten. Wir haben noch eine Schmete geschossen. Dann kann es aber natürlich auch in so einem Spiel anders ausgehen, dass dann plötzlich der Gegner mit einem Schuss oder mit einem Standard eine Chance bekommt und ein Tor fällt. Das ist nicht passiert. Wir haben das zweite noch gemacht und war dann okay. Wir haben die Frage natürlich mit der Dürung im Spiel. Vielen Dank.